Toll, Peter, jetzt sind wir beim NDR, jetzt haben wir den Termin und du hast die Zimmernummer vergessen. Ja, 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 das kann ja mal passieren. Ich hatte sie ja noch. Entschuldigung, wo geht's denn zu? Geh nicht hin. Dankeschön. Ist doch die Richtung. Ja, sag mal, war das nicht die? Genau. Die könnte man doch mal zum Doktor offene Tür einladen. Okay.